Seiten laufen schon wieder Koblenz rum. Stehe bereit! Stehe bereit! Sofort ausgeführt! Eure Gegenwehr ist vergebens! Oh, hier oben ist noch ein Massen-Grab. Oh, ein Necromat und ein Havoc verloren. Ein ehrloser Hinterhalt! Um alles kaputt machen! Haltet durch, Männer! Ihr werdet alle sterben! Nor wird uns rächen! Okay, jetzt war es gerade mal wieder anstrengend. Also den Havoc ersetzen. Eure Gegenwehr ist vergebens! Und die Todesritter ersetzen. Zu euren Diensten! Oder liegt es jetzt vielleicht daran, dass ich den, äh, Feuerruppi nicht mehr im Inventar habe? Dass die Quest jetzt richtig getriggert wird? Und eigentlich wollte ich zuerst unten lang gehen. Auf dem Weg! Und die Todesritter ersetzen! Ja, hier unten ist ein großes Lager. Hier oben ist ein kleines Lager, das ich ihn erstmal ignorieren kann. Außer den da. Nee, jetzt sollte ich hauen. Verteidigt euch! Oh, da spawnen jetzt auch noch ein Problem, Jens. Zu Befehl! Und verzüglich! Auf dem Weg! Tod und Verzweiflung treiben euch! Stehe berat! So. Stehe berat! Tod und Verzweiflung treiben euch! Tod und Verzweiflung treiben euch! Die Linien dürfen nicht brechen! Die Linien dürfen nicht brechen! Ja. Folgt mir! Schnell! Ach, die rennen jetzt da oben rum. Gehe ich doch erst da hoch, das Ding kaputt machen? Gehe ich doch erst da hoch, das Ding kaputt machen! Oh, das geht nett, ey! Gebt euren Befehl! Lasst uns kämpfen! Wir sind der Tod! Mir nach! Okay, die rennen jetzt hier oben hin. Für die Freiheit! Euer Blut wird im Boden brengt! Folgt mir! Wir sind der Tod! Auf mein Kommando! Vorwärts! Oh, ich hoffe mal, die vier rennen nicht in die drei Goblins rein. Der Necromat ist gerade aufgestanden und ist schon wieder tot. Ein ehrloser Hinterhalt! Auf mein Zeichen! Und los! Mir nach! Sofort! Schnell! Sofort! Okay, dann gehen wir jetzt erst hier oben lang. Nor ist mit uns. Gebt euren Befehl. Für die Ehre! Gebt euren Befehl. Gebt euren Befehl. Naja, egal wie sie jetzt zusammengewürfelt sind. Da ist unser... Auf mein Zeichen! Und los! Ausgang nachher. Vorwärts! 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 Mir nach! Schnell! Mir nach! Sofort! So, da ist... Da geht's zum Mosaik. Vorwärts! Vorwärts! Ach, er je. Ja! Und los! Also, ich muss sagen, Kanonenfutter haben wir sehr viel. Okay, hier drüben muss ich noch irgendwie hin. Okay, die Gobos, die rennen direkt in mein Kanonenfutter rein. Mir nach! Schnell! Also, ja, hier hoch können wir nur mit den Heroes, weil die Lava-Golems sind nicht wirklich stark. Hier müssen wir noch gucken. Ich glaube, da ist noch ein Tiermenschenlager, aber sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht. Kann auch sein, dass wir einfach nur die Gobos töten müssen. Auf meinen Befehl! Auf jeden Fall erstmal hier hoch. Mir nach! Die Linien dürfen nicht brechen! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Das könnte ich fast schon sogar alleine auf den Jungen machen. Und ja, da ist noch ein... Die Linien dürfen nicht brechen! Ein ehrloser Hinterhalt! Ja, folgt mir! Sofort! Für die Freiheit! Sie sind überall! Fließt die Reifen! Sie sind überall versteckt! Damit haben wir das dritte von vieren. Folgt mir! Schnell! Für die Freiheit! Ein feiger Angriff! Einen Havoc habe ich verloren! Und ansonsten Todesritter! Havoc! Todesritter! Ja, zwei Freilassen finde ich Romant. Genau, hier ist Bank... Auf meinem Befehl nach! Hier ist das Bank-Siegel. Ich fühle sie bereits! Ich fühle sie bereits! Glied! Schlied vor mir! Ihr werdet alle sterben! Ich fühle sie bereits! Hier kommt euer Unterkampf! Die Titanen möchte ich jetzt nur gerne verlieren. Ein ehrloser Hinterhalt! Folgt mir! Und da ist unser nächster Aria-Kristall auch noch. Ja, berichtet Agamon von der Bestrafung der Diebe. Ja. Gut, damit haben wir den Teil auch abgeschlossen. Jetzt wird nur noch das hier oben. Hier wäre, glaube ich, auch ein Spawn-Punkt für... Oder sind sie sogar hier gespawnt, an der Stelle die Goblins. Erklärt auf jeden Fall nicht, warum hier überall... Ordensleute rumliegen. So, gut. Erstmal das Tor öffnen und den Seelenfels in Besitz nehmen. Noor ist mit uns. Okay. Noor ist mit uns. Für die Ehre. Norm ist mit uns. Lasst uns kämpfen.